Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Ich denke mal, ich werde es auch verlinken. PNB Games mit Z, da wird es genauso weitergehen mit dem Per, mit mir und dem Lars. Einfach die weiteren Projekt, die werden einfach hier drauf weiter folgen. Warum das so ist? Und zwar werden wir, beziehungsweise unser alter Kanal hat unglaublich viele inaktive Abos, was aber auch nicht der Hauptgrund ist, weil eigentlich hat jeder Kanal eigentlich inaktive Abos. Davon muss man mal, also hat eigentlich jeder. Mit dem neuen Kanal, beziehungsweise mit dem alten Kanal können wir leider nicht mehr in einem Netzwerk reingehen. Das hat nichts mit Geld zu tun oder so. Wir hatten aber auch keine Strikes, also das liegt nicht daran, dass wir irgendwie drei Strikes haben. Ich glaube, wenn man drei Strikes hat, wird, glaube ich, sogar der Kanal geschlossen oder beim vierten, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir mit dem alten Kanal nicht mehr in einem Netzwerk. Deswegen machen wir auch einen neuen Kanal auf. Ist auch ein Grund, weil erstmal, wenn wir im Netzwerk können, werden wir natürlich erstens auch größer, was ja unser Ziel ist. Und wir können für euch, sag ich mal, viel mehr ermöglichen. Damit Fast2Play war ja noch okay, beziehungsweise war ja ein Sponsor. Um weitere Sponsoren zu erhalten, müssen wir aber in einem Netzwerk reingehen können. Und wenn auf dem neuen Kanal, also mit dem neuen Kanal, wenn wir da in einem Netzwerk reingehen würden, was wir wahrscheinlich auch irgendwann mal machen werden, beziehungsweise wahrscheinlich erst nächstes Jahr, kommt darauf an, wie viele von euch diesen Kanal abonnieren, beziehungsweise weiter von uns Videos sehen wollen, können wir euch viel mehr ermöglichen. Mehr Spiele, mehr Gewinnspiele, mehr zum Beispiel ein Standmikrofon, Audioqualität und so weiter und so fort. Bessere PC ist, bessere Qualität in den Videos halt. Deswegen machen wir auch einen neuen Kanal auf und halt wegen den aktiven Abos. Tut uns auf jeden Fall sehr leid, erstmal für Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen oder so. Auf jeden Fall, wenn ihr aber weiter Videos von uns sehen wollt, dann PMB Games mit Z. Der sieht genauso aus. Hier steht auch noch PMB Games mit S. Ich denke mal, das werden wir auch so lassen. Hier kann ich mal zeigen, die Videos, die heute kommen werden. Dexter und nur FIFA. Ich habe ja gesagt, ab dem 1. Dezember wird es einen Adventskalender geben, beziehungsweise halt jeden Tag ein Adventstürchen. Fällt heute leider schon aus. Ich denke mal, ab morgen geht es da los mit dem zweiten Tüchen. Das erste Tüchen hole ich natürlich nach. Und wenn ihr da Fragen habt, einfach entweder fragen oder einfach private Nachrichten an uns schicken. Und auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, wenn ihr weiter Videos von uns sehen wollt. Bitte, bitte. Und diesen Kanal, also diesen alten Kanal, bitte auch abonnieren, beziehungsweise nicht de-abonnieren, weil Gewinnspiele, zum Beispiel von Fast to Play, wird es auf diesem Kanal noch weitergeben. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, einfach bitte in die Kommentare und diesen neuen Kanal abonnieren. Damit verabschiede ich mich. Ja, bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, okay. Untertitelung des ZDF, 2020